Das Entsetzen über diesen Mord sollte nicht zur Instrumentalisierung verleiten, etwa um einen politischen Konkurrenten zu verleumden. Dies geschieht, wo bewusst die Grenze verwischt werden soll zwischen rechtsextrem, was demokratiefeindlich ist, und rechts, was wie links oder liberal eine politische Richtung im demokratischen Spektrum ist. Wie verteilen sich nun die Strafe? Die Straftaten gegen Repräsentanten von Parteien. Im ersten Quartal 2019 gab es 217 davon, 114 gegen die AfD, dann 21 gegen die SPD, 19 Grüne, 16 Union und so weiter. Das passt nicht in die Erzählung, die jetzt aufgebaut werden soll. Warum nicht? Weil diese Zahlen mal die Realität sind, meine Damen und Herren. Die Staatsdiener der Sicherheit, Polizeisoldaten, die laufen Ihnen jetzt davon, haben kein Vertrauen mehr zu dieser Politik. Die Leute, die die Nahsicht auf die Probleme haben, sie gehen zur rechtsstaatlichen Opposition. Wenn Politiker wegen ihrer gebotenen Kritik am Regierungshandeln in Mithaftung genommen werden sollen für Gewalttaten, dann ist das parteipolitischer Missbrauch eines Mordes. Wenn der Bundestagspräsident sagt, menschenfeindliche Hetze ist Nährboden für Gewalt, wer ihn düngt, macht sich mitschuldig, sagen wir, wer berechtigte, auch fundamentale Kritik an fundamental falschem Regierungshandeln übt, tut nur dies und macht sich nicht schuldig. Der aber, der Gewalt ausübt, ist selber allein schuldig. Schluss mit der infamen Unterstellung dieser Anstiftungspsychologie, die lediglich Kritik knebeln soll. Die Bürger lassen sich solche Maulkorb-Demokratie nicht gefallen. Wir verteidigen hier und heute auch Millionen Bürger gegen die Beleidigung als Menschenfeinde, Hasser, Hetze. Dieses ganze wohlfeile Verleumdungsvokabular. Nicht Ausländer werden gehasst. Unsinn. Abgelehnt wird Asylbetrug. Kritik ist nicht Hass, ist nicht Hetze. Die Diffamierung von Kritik ist die größte Sünde gegen die Demokratie, meine Damen und Herren. Die Verfemung der politischen Rechten schlägt der Demokratie ins Gesicht. Bedrohte Politiker, auf der rechten Seite dieses Hauses sitzen Helden. Anders als Sie alle riskieren diese Abgeordnete ihre bürgerliche Existenz, um in einer von Ihnen verleumdeten Partei ihren Beitrag zu Bürgervertretung, zu Meinungsvielfalt zu leisten. Es ist doch gerade die Arbeit der AfD im parlamentarischen Raum, die dem Bürger noch zeigt, dass Kritik am Regierungshandeln noch in politische Entscheidungsprozesse einfließen könnte. Nur bei unbehinderter Arbeit der AfD kann niemand behaupten, er müsse außerparlamentarisch handeln, gar gewalttätig, um einem Ruf nach Änderung Gehör zu verschaffen. Deshalb sagen wir Ihnen, für den Schutz unserer Demokratie wirkt die Alternative für Deutschland.